Da ist er am Ball mit der 7, legt schön ab auf Hosiner. Hosiner zurück zu Vlachodimos und der trifft. Panagiotis, Vlachodimos unter Kauzinski, nicht berücksichtigt unter Alex. Extrem mannschaftlich geschlossen, extrem geschickt, extrem torgefährlich. Aber der Ball ist immer noch heiß. Lämmer zum eingewechselten Vlachodimos. Vlachodimos mit der Führung. Gewechselte Oemichen, No Look auf Vlachodimos.